Das Atlantis Resort Royal Towers liegt in Paradisi Island in Bahamas. Das Atlantis Resort Royal Towers ist beliebt unter den Gästen. 84% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 42 Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail, Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport- und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,2 von 6 Sonnen, Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, Gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Zimmer Mit 5 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Hotel allgemein Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,9 Sonnen bewertet. Gastronomie Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotel und vergeben 4,9 Sonnen von 6 Sonnen. Service 4,8 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.